Die Elektromobilität ist für das normale Auto die Technologie der Zukunft. Wir haben das heute gesehen. Wir sind auf einem sehr weiten, fortgeschrittenen Weg. Die Batteriezell-Forschung geht voran. Da kann man größere Reichweiten, kürzere Ladezeiten hinbekommen, lange Lebenszeiten der Batterien. Die TU München gehört zur Spitzenklasse in ganz Europa, steht derzeit an Nummer 1 und da dürfen wir als Freistaat Bayern schon stolz darauf sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017